Welchen Rang hat dieser Spieler in dieser Runde once? Der Kickoff war so ein bisschen Speedflip. Ich glaube, du übst sie, hast sie aber noch nicht ganz komplett drauf. Hier hast du keinen Boost. Jeder am besten auch nicht drauf. Es macht wenig Sinn. Jetzt hast du keinen Boost. Treibst ihn so ein bisschen nach außen. Okay, nächster Kickoff. Und wir schauen mal rein. Ja, du übst auf jeden Fall irgendwas. Wahrscheinlich Speedflips schaffst du nicht ganz so gut. Und zum Glück fällt der Gegner nicht drauf. Ansonsten wärst du open gewesen. Hier gehst du gut dazwischen. Da ein kurzes Küsschen. Das passt dem Ball schön vorgelegt. Aber der Gegner ist da. Trotzdem, das sieht eigentlich nach einem recht entspanntem, guten Gameplay aus. Jetzt H-Flip hast du auch geschafft. Ball hast du. Jetzt macht der Gegner einen Aerial. Aber finde ich auch gut, dass du nicht so viele Aerials machst. Weil so, siehst du ja hier, verlierst du den Ball einfach. Nur deswegen alles gut. Da bist du ein bisschen spät oben. Passt aber, naja, welchen Rang hat er denn jetzt? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich sag's euch. Yaki777 ist Gold 3.